Dieses zu erwerbende 5-Zimmer-Einfamilienhaus liegt in Heidesee. Das im Jahr 2000 erbaute Haus wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Gebäude verfügt über einen Balkon. Es hat eine Einbauküche. Das ist eine Einbauküche. Das ist eine Einbauküche. Das ist eine Einbauküche. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 844 m2 weist das Objekt eine Wohnfläche von ca. 116 m2 auf. Das Haus steht für 295.000 Euro zum Verkauf. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Bis zum nächsten Mal.